Hiiii und Willkommen zurück zu Glücksherausforderungs-Player-Unknown's-Battle-Ground-Spiel und so Pech-Vögel on Tour. Ja genau. Die Noob-Vögel. Keine Ahnung. So. Dann. Wollen wir mal loslegen. Schaut's euch an. Sagt sind wir zu doof oder haben wir echt kein Glück oder sind unsere Einstellungen blöd? Wir wissen das nicht. Liegt's am Aufnahmeprogramm? Das ist Huckel. Das Visier 3cm links oder rechts. Keine Ahnung. Irgendwas ist faul im Lande Dänemark. Und ja ich weiß es heißt staat in Dänemark. Aber ist mir jetzt egal. Denn es kann nicht angehen. Dass wir da null auf die Reihe klicken. Ohne Aufnahmeprogramm läuft es einigermaßen gut. ja also wir ist jetzt keine aufnahme wir spielen auch mal so ich verstehe ich habe mich versteckt das ist mein busch ich bin auch gar nicht nur wissen ob das männer oder weibler deswegen eine blöde maske fertig jetzt liegt er sich auch noch da rein das färkel mit dem wohnen ist kein wunder dass eine maske auf hat ok power brezel wo wir stellen ja du musst das sagen ich guck mal das ist eine mega city weißt du meinst du? ja wollen wir da hin auf zur rechten city? nein wollen wir nicht wir gehen da zur brücken city willst du links muss ich gehen? die ist groß ja ok geh mir da hin ok und los ob das keine beliebte zone ist das ist schon mal wichtig das werden wir gleich rausfinden weil wenn wir die ersten zehn minuten nicht sehen niemanden sehen dann überlegen wir sogar zehn minuten ja definitiv und noch sehe ich keine doch ich habe schon eingesehen ja jetzt gehen die firma auch unsere potenziellen Märtyrer sind schon da ich würde sagen wir nehmen die blaue reihe oder hinten an der straße direkt ja können wir auch nehmen ja weil letztendlich finden wir wo wir nichts finden ist egal ich nehme das blau rote auch das nimmt doch nicht und wir gehen auf first person ist ja kein schiss ja das ist bei mir ist das glaube ich völlig banane welche ansicht ist wobei ich schieß nur in der first person sieht das spektakulär aus ja weil ich da richtig silhouetten schießen kann was cool oh ne taster kann ich mitnehmen was soll das ja Leute überschlagt euch nicht mit loot ja es ist wieder dieses ach du meine güte ne akm das bringt nie glück diese wasser hat mir noch nie glück gemacht echt nicht ne ne aber sowas kann man ja nicht liegen lassen ne naja so ne akm sollte man eigentlich nicht so unbedingt liegen oh hier fährt schon einer durch die g ja lass ihn fahren Leute die fahren schießen die auf uns ja immerhin ne 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 du bist zum nachbarnhaus ich komm zu dir ja hier ist auch wunderschwer ne komm ich nicht zu dir wir können ja ein häuschen weiter gehen ich geh zumindest jetzt erst mal eins weiter ja ich komm mit ne 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 warte ich geh nach hinten in das Haus ja das war speziell ja du bist da hinten ins Haus ja du bist sehr weit gekommen merk ich gerade ne wo war der hund aber meine box sieht gut also die muss er sich erstmal holen ne ohne abgeknallt zu werden es kann da nicht angehen da war kein mensch weiter also in meiner kiste und wenn ich da jetzt hingehen und ja dass die position ist das wäre auf jeden fall an anschließend klassiker ich glaube dass ein autix kann man glaube ich uns sagen in der spiel oder die richtigen place reinhauen alle text weil ganz netz player das kräftige ja klar der die ballern sich hier ein Ah, ey. Hier liegt irgendwo, what? Da läuft einer. Versteck dich. Okay, ich muss mich nicht verstecken. Aber es ist spannend, diesmal. Der ist hier vorne, in dem blauen glaube ich dran, ne? Ne, höchstwahrscheinlich. Weil, in dem blauen war ich nicht. Ich war in so einem roten. Oh, oh, das war ja. Versteck dich in der Tür. Ich glaube, der war nebenan. Du fällst es überhaupt nicht mehr auf. Ja, das ist mir das, wenn die jetzt schnell die Position wechseln. Ja, 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 ja. Ich glaube, hier sind 50 von den 100 gelandet. Ja, wow. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die suchen nicht alle bestimmt. Ich glaube, da lief einer über die Brücke hinter dem Fenster raus. Aber das ist ja für uns nicht weiter relevant. Alter. Killt mal, Leute. Echt mal, schuldt euer Leben. Ich kann auch nicht mal irgendwo in ein anderes Haus gehen und der gleich Mode zu sein, Alter. Der so voll weggesprengt. Aber irgendwann müssen die ja alle sein. Oder die Munition. Ja. So wie die hier rumballern. Wir sind jetzt schon bei 55 runter. Wir hatten auch nicht mal eine Zon-Dings, ne? Ja. Wir hatten auch nicht mal eine Zonverkleinerung. Ob ich der Erste war, der über den Nuckel gegangen ist? Wird unter der Erste auf jeden Fall, ja. Unter den Top Ten war ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, ja. Ich sag doch, die AKM bringt mir kein Glück. Ja, siehste. Ich hätte es mal auf dich gehört. Ich höre nie auf mich. Das ist es ja. Wenn ich jetzt mal langsam rausgehe, weil ich will ja nicht so unnötig campen. Aber das Problem ist, wäre ich rausgegangen aus dem Haus so ein paar Minuten vorher, wäre ich gleich da umgewiesen. Ne, ne, ne. Du brauchst nicht raus. Du bist in der Zone. Aber ich brauche Waffen. Ich habe noch eine Pistole. Das ist ja der Witz an der Sache. Also Waffen sollten wir noch liegen mittlerweile. Eine Kiste habe ich schon gesehen. Ja, die sind ja bestimmt gelootet jetzt. Ist da irgendwas? Eine Kiste glaube ich, ne? Enttäuscht das? Ich glaube, wir haben beide gar dasselbe gedacht. So looten Schüsse. Die gucken. Aber, aber liebe Zuschauer. Der Schüsse überlebt. Oh, sag ich doch, die Munition ist alle. Jetzt holen sich ihre Haubitzen raus. Und ich sag noch zu den Powerbritzen, einer von uns beiden wird viel Zeit haben sich zu unterhalten. Ja. Das ist wohl wahr, siehste. Warum wollte ich denn jetzt rote Hausten? Nie wieder rote Hausten wie der AKM. So. Pass auf, nächstes Mal an der Stadt mit nur roten Häuser. Ja. Ja. Nie wieder Pläerzocken. Das könnte auch helfen. Aber der Rest hat die Hosen voll. Ja, so wie ich zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der mich geludet hat. Ich glaube, der wurde vorweg geballert. Wirklich? Aber da sitzt du doch wahrscheinlich, ich ne noch fünf andere. Na. Ach, egal. Ich hätte mal, keine Ahnung wohin gehen. Du kannst meine Kiste, versuch dein Glück. Mal da, wenn die Kiste voll ist, hast du Waffe. Und wieder rein. Ja. Hab ich auch ganz mal gedacht. Das Problem ist, ich sehe deinen toten Kopf nebenher oben. Ach so. Nur noch unten auf der Bett, das ist ein bisschen ungenau. Aber die Kiste ist gut sichtbar, aber auch. Ist ja außerhalb. Auch, genau, rechts. Bla 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 bla. Ist ja mutig. Ja, ne? Das war das letzte, was ich heute getan habe. Ich würde auch da bleiben. Meine Güte. Aber da war noch keiner drin, so wie es aussieht. Oder hat sich auch einer verkrochen hier? Die brauche ich. Definitiv. Sind aber auch keine brauchbaren Waffen? Ne, die habe ich alle gefunden. Ja, alle vorne gesoffen. Und der Rest natürlich. Ich habe fünf Stück auf dem Rücken gehabt. Weil ich hätte mich gar nicht treffen können. Weil ich hätte mich gar nicht treffen können. Dass wir es wie 20 Brat fanden. Weil der Westen finde ich ja auch ohne Ende. So, Westen müsste ich ja eigentlich schon haben, ja. Ja, ne, der Westen hat mir doch mit den Arsch gerettet. Dann hätte ich es noch die Brücke runter geschafft. Mhm. Aber macht nichts. Da fahrt ich eine AKM. Ich würde sagen, ich gehe wieder raus. Aber dann liegt die große Geballe wieder. Oh, guck mal, Junge. Ja, ja. Guck mal. Ob der, guckt der ins Haus rein? Schietet der? Keine Ahnung von. Wie guckt der da hoch, verdammt? Das geht. Du kannst da irgendwie über den Balkon, kannst du auf dich her... Nancy, das war wahrscheinlich nicht so schlau. Ich treffe dich nicht. Na, einmal hast du ihn getroffen. Echt? Ja. Und der weiß noch nicht, wann du schießt. Jetzt weiß ich euch, jetzt weiß ich euch. Aua. Ah, fuck. Ja, aber gut, er hat eine AKM gehabt. Ach, schade. Die Ironie wäre es ja noch, wenn es meine gewesen wäre. Ja gut, AKM gegen Pistole. Da hat nicht mal die liebe Powerbrüße eingeschossen. Ich glaube, ich habe mehr gegen diese scheiß Gitterstäbe geschossen, weil es ist anders. Ja, es hat auch ein bisschen Klon gemacht ab und zu. Aber war versuchwert. Aber immerhin war das eine actionreiche Runde. Zumindest von der Akustik her. Ja, ne? Da war ja auch nichts los. Also so viel Schuss habe ich noch nie gehört. In unserer Let's Plays. Vor allem dort und in unmittelbarer Nähe. Ja, rund ums Haus. Ich glaube, da lagen 20 Kissen so rum. Und nur das Haus, wo ich verängstigt mit voller Hose saß, da kam sie nicht rein. Ne. Weiß drauf. Neue Runde, neues Glück. Ja. Weil... Versuchen wir mal noch eine. Ja. Und keine AKM. Ja. Gibt mir die Liebe. Ja. Bei dir ist sie definitiv besser aufgehoben. Lass mich sonst auch gerne mit der AKM töten so, ne? Ja. Nicht, wie der noch. Ich will die nicht haben und ich will auch nicht damit getötet. Ja gut. Am besten so ne Buggy Map, wo es nur zwei Waffen gibt, die finden wir. Und dann jagen wir erst. Spielen wir 20 Zombie-Mord ohne Zombies. Ja, genau. Aber überall Munition. Das wär's doch noch. Fettes MG oder so. Für uns beide und dann geht's los. Ja. Ja. Es wäre nur gerecht. Und dann spielen noch 20 Meister Streamer mit, mit 10.000 Abonnenten. Und die sehen ja nur, Anchi hat nicht gekillt. Anchi hat nicht gekillt. Anchi hat nicht gekillt. Funktion haben wir unsere 50.000 Abonnenten. Mal über die Pro geben. Was machst du denn da? Boxt du da? Ich seh da gar keinen. Ja? Ich seh da gar keinen. Nö, das ist nur bei dir. Oh, das ist auch Bug. Okay. Okay. Große steht der Mike. Häuser Mike. Alles Mike. Ganz im Web Mike. Alles Mike. Nein. Ist das die Militär-Base? Meiden, 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 meiden. Meiden, meiden, meiden. Meiden, meiden, meiden. Wir können uns ja was Kleines suchen. Irgendwie nur zwei, drei Häuschen. Da ist jetzt links was. Ja, das nehmen wir. Okay. Und ab. Was ist das? Wo war das da? Über dem Fluss, ne? Genau, gut. Ja. Ja. Ja, das mit den roten Dächern. Und dann wollen wir da mit den Scheunen. Ne, wir nehmen die Scheunen. Das andere sind jetzt schon viele Häuser. Und da ist auch ein rotes Haus mit dabei. Seh ich schon. Da können wir eh nicht rein. Ne, die sind alle rot, oder? Ja, toll. Guck mal. Ich sag, die Powerbrit sind noch kein Haus mit roten Wänden. Aber da sind immer noch ein Container dabei. Ich meine, guck mal, das andere Dorf, wo du siehst. Das sind alle Häuser rot. Ja, das meine ich ja. Entweder das mit den roten Häusern, oder hier mit den Containern. Containern ist cool. Ist ja übersichtlich. Oh, da landen schon einer. Ab zu den anderen Häusern. Ja, das sind zwei hier landen. Ah, ich komme aber nicht mehr so weit. Ich auch nicht. Ich muss hier. Lass uns hier kämpfen. Jetzt ist es fech. Dann ist die zweite Devise von mir. Lass doch mal schneller. Und die gehen natürlich in die großen Häuser rein, ne? Scheiße. In jeder in eins, oder? Ja. So wie ich das gerade gesehen habe, ist jeder in eins. Hallo? Hallo. Oh, da ist oben. Ich gehe raus hier. Hallo. Hi. Ach, du bist das? Ne. Ich bin dann schon. Ah, komm her du. Ich habe mir gerade noch einen richtigen gehauen. Los. Okay, ich bin weg. Du hast doch gedacht, du fahre ich an den Fenster. Ah, Leute. Du? Ja, ich war draußen. Ich bin da rausgelaufen. Der war auch draußen. Ich war ja schon auf der Flucht. Leute, ich habe nur Muni gefunden. Hier aber keine Waffe. Auch nicht schlecht. Aber der hat so eine Zweierpump an. Und der andere hat gar nichts. Das ist hier die Pazifistenrunde. Ich würde hier abhauen. Nimm deinen Helm und lauf. Da hat einer schon den rücksten Punkt. Ja, mehr haben sie auch nicht. Die Frage ist sowieso nicht hin. Ja. Ich sehe dich leider nicht auf der Map. Ja, da kannst du mein Glück haben. Ich habe nur eine gerade Hand in der Hand. Na, immerhin etwas. Loll. Ah, super. Und da ist gerade einer von Baukong-Kong gesprungen. Halt dich links. Und es bist du gleich Mode. Echt ist gerade einer? Ja. Ja, da kommt einer in eine Richtung. Der müsste über die Pächer von den Berg hoch. Tschüss. Also Steps ja jetzt nicht. Gut. Aber trotzdem würde ich das meinen. Aber darum ist auch schon die Tür auf. Ja, ja. Ja. Das Ding ist abgelotet. Oh, ey. Das ist ja jetzt meine Runde hier. Passt mal auf. Die kommt top ten. Bleibt in die roten. Ich bringe sie die Mählöcke als mir. Ja. Hoffentlich. Ja, alles wieder so optimal gelaufen hier. Ja, wir hatten es einfach zu viele Häuser. Wir brauchen ein Haus. Am besten gar kein Haus. Am besten einfach nur diesen kleinen Schocken irgendwo mitlaufen. Ja, genau. Und da kann man dann mein Rotlichtvisier bunt machen. Türen sind auf. Ja, fuck. Und die werden auch weiter sein, oder? Ja, aber es hilft sie technisch aber nicht weiter. Vor allem mal an, da sieht die Tür zu. Zumindest. Also gut möglich. Ich weiß nicht, ob du in der Zone bist. Ob die da schon... Ja. Ob die da schon verweilen. Und warten auf mehr. Ja, also so an sich bin ich in der Zone. Gott, da laufe ich direkt in die Dingszone rein. Da brauchst du einen Helm auch. Ja. Ja. Powerbritsel macht wie erspannend. Die macht hier... Ich laufe hier nur mit einer Granate durch die Gegend. Du wirst den ersten Platz machen mit der Granate. Ja, das wärs, ne? Das wär auf jeden Fall. Wir sind nur noch zu zweit und den letzten hau ich mit der Granate weg, weil ich die einfach vorschreckt nach Boden werfe. Hup! Oh Gott, ich muss da außen rum laufen. Außen rum laufen, nicht rein laufen. Außen rum laufen. Ich glaub... Ja, ich behalte dem Turm mit dem Auge. Aber jetzt hab ich doch noch keinen gesehener Fenster. Aber da steht auch einer. Da, neu. Heiße! Der hat mich eher gesehen, bevor ich mich geschmissen habe. Kacke! Ich hab nämlich gerade aus dem Turm oder hinterm Turm vorkommen sehen. Der hat mich hingeschmissen, aber der hat mich in der Zeit schon gesehen. Ehhh... Ahhhh... Ahhhh... Ähhh... Ahhhh... 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 Ja gut. Wenn man nix hat außer ne Granate, was würd ich da machen, da wär ich eh nie weit gekommen. Nee. Du bist zwar ne Granate... Weil... Die Häuser, die ich alle hatte, die waren schon gelootet, das war ich schon für'n Arsch... Ja. Aber wieso sind die denn ausgereiht? Das ist alles so eine Follower hier, wie die heißen. Kann ich sagen, das ist wie es, was ich am Hacken haben. So. Ich sag mal, neue Runde, neues Glück, brauche ich nicht sagen. Das ist uns fern. Wollen wir das bei denen belassen, oder? Ich würde sagen, ja. Wir haben eine Strähne heute. Diesen Lauf können wir eh nicht mehr toppen. Ja, Leute, wie ihr seht, seht ihr nichts? Ja, wie immer. Ja. Aber ihr habt vier Abschüsse gesehen. Ja, immerhin, immerhin. Gut, waren eventuell unsere eigenen, aber... Auch noch eventuell. Wir müssen mit mehr Leuten spielen, dann haben wir auch mehr Abschüsse. Denn sollte es auch laufen. Oh, ähm, okay. Ja, was sagt uns das? Wir müssen auf jeden Fall mehr außerhalb der Aufnahme spielen und üben. Üben, üben, üben. Ganz genau. Wir müssen... Üben, üben, üben. Ja, ja, ja. Aber ja, wir haben eine Woche Zeit, um uns auszuheulen und auszuschimpfen und ihr habt eine Woche Zeit, um euch das neue Fiasko zu freuen. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich denke mal eher vielleicht. Um es mal neutral auszudrücken. Ja, genau. Ja, Leute, tut uns leid, dass der TZ mal wieder meinte, er muss immer der Erste sein. Aber... Echt mal. Aber ich dachte, so geht das. Und lässt die Breze mit einer Granate hier im Ferse in den Bett laufen. Ganz. Immerhin etwas. Ja. Und ein Held. Immerhin. In diesem Sinne sagen wir auf Wiedersehen. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.